ach du scheiße was war das alle ihr das ist die antwort ihr salz dreckiges wasser zeuge alleine der richard harris zwei vielen kopfkamera richard harris blau 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 blüte in zidane irgendwie hat seine kopfkamera nicht genommen blau 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 blüte in zidane wo versteckt das kleine schweinchen sich irgendwo dreckiges wasser oder hab mich schon gefreut die freut sich nicht oben scheint es wohl nicht zu sein sage ich und habe einen raum mit 11 grad ja doch oben blaues zimmer ich setze thermometer davor also er hätte hier ne tür auf jeden fall berührt rechts safe oder daneben der raum ja hier geht es runter hier ist ja einer von den beiden auf jeden fall hier ja hier ist der hier oder flur ne hier ist 10 ja flur hier habe ich jetzt 10 gehabt ja ja hier der safe blau ja ok 7 schön du kannst es drunter zählen sehr gut 6 also ich bin immer begeisterter von ihm muss ich echt sagen 5 8 5 6 9 7 8 9 9 10 10 10 11 11 14 14 15 15 16 15 mach das waschbecken an mach den schein an fingerabdruck da hat jemand eine fotokamera sehr gut also wir haben fingerabdrücke und imf ja ok fingerabdrücke schreib ins buch nein der heißt irgendwas mit harris er kriegt alle diesmal alle bringe ich ihm ja so ist er ich weiß nicht dass ich wüsste durch salz laufen er hat glaube ich als mit ok nehme ich noch das zweite buch mit und noch mal hier geister box oh kannst du mal nach dem namen noch mal nach dem namen schauen ich bin da zeig dich hallo wo bist du schreib ins buch richard harris zeig dich bitte richard harris zeig dich mir ins gesicht sind kameras schon aufgeschöpft nein noch nicht nein noch nicht ich finde hier terris ist sehr kamerascheu schreib ins buch schreib ins buch oder oh nein er ist gebad er ist weg ich glaube der hat sich schon für schein ausgezogen oder ja ich glaube schon aber eigentlich schon ich hab ihn mir auch angemacht ich war ihm leider dabei ist nicht oh geisterbox er hat irgendwas mit catch gesagt ja geisterbox ich hab auch ein foto von ihm oh schön was haben wir denn alles was haben wir denn alles geisterbox und äh fingerabdrücke ich höre gar nichts ich höre gar nichts riza richa riche harris ich weiß ja richa riche harris hast du hast du wieder dings angemacht joh ja lass den das machen dann hören wir es immer richa riche harris Ist das hier? Eine, ja. Eine, die ist aber aus, warte. Jetzt ist es an. Richard, komm mal her. Richard Harris. Richard, komm mal her. Los, hier, komm her. Richard. Oh Baby, baller, 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 gib mir kein Knaller. Schreib ins Buch hinein, sonst komm ich zu dir heim. Du bist schon bei ihm zu Hause. Was sagt der? Dope? Ja, der sagt erwachsen, dass du mehr erwachsen werden sollst. Ich bin erwachsen. Vielleicht hast du mich schon an. Oh, attack. Sehr gut. Bestimmt geht es jetzt los, wenn ich draußen bin. Wer macht Bloody Mary? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Richard Harris. Oh, wir haben Fußabdruck in Salz. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Habt ihr gehört? Fußabdruck in Salz. Ja, ist wurscht. Ich glaube, das bringt nicht mal Geld, wenn wir uns fotografieren. Okay, äh... Richard, Harry? Würdet ihr im Bad mal das Licht ausmachen? Das ist da aus. MF3. Die Tür. Oh, der hat sich hier zugemacht. Ja. Äh... Kannst du die Tür wieder aufmachen? Ja, irgendwie... irgendwas leuchtet auf die Tür. Ist da eine Taschenlampe auf dem Boden, hinter dir? Wie er seine Brille nicht aufsetzt. Ich guck. Ja. Oh, er handelt, oder? Nö. Ist doch okay. MF4 nicht höher. Ist halt... Ist halt 100... Ist halt wirklich kein Licht an, hier. Ja, aber irgendwas leuchtet da komplett rein. Liegt da vor der Taschenlampe... Vor der Kamera eine Taschenlampe? Nö, da liegt gar nichts. Absolut gar nichts. Bloody Mary, Bloody Mary. Ist das so besser? Jetzt hab ich meine auch aus. Ist das so besser? Ich hab sie umgestellt. Ja, geht so. Jetzt kann ich kaum ins Bad gucken. Oh ja, ist okay. Doch, ist sie off. Moment. Ja, off. Alles klar, wir kommen. Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary. Warum sch... Läuft Schein im... Stehen? Ähm... Disconnected Schein, oder so? Ah, okay. Habt ihr eigentlich Jakob verloren? Andere Richtung schon. Was verloren? Und Jakob, der ist... Der ist irgendwo verrückt geworden, ja. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Oh nein. Oh nein, Schein. Das ist einfach. Das ist einfach so. Was hast du. Diese poor, die du nicht hast. Wer ist tot? Hallo, ich schlieb mal. Der lebt auch noch, den hörsch. Jakob, darf ich dir vorstellen? Die absolute Sammlung. Ach, du hast für das Spiel nichts anderes gemacht. Doch. Ey, mach die Kerze da weg, die brennen die Schuhe. Okay, ich weiß nicht wie viele Paare das sind, aber es sind ein Paar. Okay, wählt ihr alle aus? Äh, hab ich doch schon, das ist doch so... Äh, Geister-Orbs? Fingerabdrücke? Okay, der Geist. Pytergeist. Ich hab alles. Okay, alles klar, ich auch. Ich auch, easy snack. Los geht's. Bereit? Dann... Ah, die Schuhe, ey. Wer ist gleich wieder da? Pytergeist. Mob und seine Schuhe. Die können wir jetzt verkaufen. Geil, oder? Ja, er braucht die Schuhe, das ist Standard bei ihm. Er ist so ein richtiger Schuh-Junkie. Dann...